So, ähm, was ist die 46? Wohl auf dem Würfel, 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 Würfel? Tatsache. Ähm, achso, ein Tag, wo es erscheint. Achso, okay, achso, ich dachte, hast du es jetzt schon. Und eigentlich bin ich in sowas echt gut. Echt? Okay. So, was haben wir denn jetzt, guck mal, schon falsch. Äh, Tintenfisch brauchen wir. Tintenfisch, Tintenfisch. Da ist der Tintenfisch. Flasche, Schloss, Edelstein in der Truhe. Ach da, genau. Ähm, Alter, es macht so viel Spaß mit euch. Cool. Ähm, hm, 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 Horn, Tinte, Horn, Tinte, Kamm, Ein Kamm, ein Kamm. Kamm, Kamm, Kamm. Rotes Tuch. Ist das hier? Ne. Interagieren. Ah, ja, natürlich. Okay. Ähm, da oben ist der Kamm. So, die Flasche ist, da ist die Krone, oder? Da ist die Flasche. Das ist das Horn. Jetzt müssen wir noch die Tinte finden, das Schloss, die Perücke. Das Gelbe. Das große Gelbe vorne. Nein, ist nichts. Das große Gelbe vorne ist nichts. Perücke, Perücke ist... Ah, hier ist die Perücke. Elfenbein. Elfenbein. Das Elfenbein? Nein. Links am... Was? Links am Schrank? Äh, links am Schrank. Ah, hier, rotes Tuch. Ja, genau. Ähm, hm, 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 hm. Ja, offen... Ja, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Es ist so, äh... Ja, ähm... Hier ist das Schloss. Elfenbein. Wo ist das Elfenbein denn? Tinte? Tinte? Ist das die Tinte? Nee. Nee, ist auch nicht. Keine Ahnung, wo ist denn die Tinte? Irgendwo ist das Elfenbein. Bin ich blind? Das ist auch nicht. Wo ist denn... Da ist die Tinte. So, jetzt brauchen wir noch... Jetzt brauchen wir nur noch Elfenbein. Wo ist denn das... Wo ist denn das Elfenbein? Verdammt. Gesucht. Aha. Seeraub. Interakt. Achso, kann ich zumachen. Toll. Ähm. Alter Elf-Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Das ist gut. Das ist so. Ähm... Wo ist denn... Wo ist denn... Wo ist denn... Wo ist denn das? Vielleicht ist eins in der Kiste mit dem Anker drin. Nee. Das... Da ist nichts. Oben Mitte. Schrank ist Elfenbein. Tatsache. Cool. Danke. Alter, es war so viel Spaß mit euch. Aha. Zapfhahn haben wir jetzt. Ach, guck mal. Wir haben den Zapfhahn für das... Ein königlicher Lehnstuhl. Angemessen für einen Schiffskapitän. Remington muss ein Mann mit großen Zielen gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Oh Gott. Kann ich ja kaum lesen. 17. September. 1700. 17... Interagieren. Achso. Äh. 1718. Alles geht mit so... Was? Mit so leicht von der Hand. Seit... Ich über einen neuen... Kräfte verfüge. Meine Mannschaft und ich sind auch gefürchtet. Ich... Was uns bemüht. Unsere... Unser Reichtum wächst von Tag zu Tag. Und... Fortan lächelt uns zu. Damit das so bleibt, habe ich... Der... Verzauerten Münze... Habe ich die verzauerte Münze versteckt. Mein Schatz ist damit sicher. 18. Juni 1720. Seit Mary an Bord gekommen ist, hat sich alles verändert. Erst hatte ich mich gefreut, dass ich sie gefangen hatte und ihre Eltern erpressen konnte. Doch nun, nachdem ich sie gesund gepflegt habe, bin ich mit meinen Plänen nicht so sicher. Oh Gott. 10. Juli 1720. Das kann man echt schwer lesen. Die verzauberte Truhe steht nun... Was grässlich... Achso, die sieht nun grässlich aus. Und der Zwerg wirkt barbarisch. Teuflische Mächte versuchen mich von meinen Entscheidungen abzubringen. Danach ich... Was? Da... Was da? Ich bin fest entschlossen, meinen Pfad zurückzuhalten. Mary wird unglücklich sein, wenn ich meine Verbrechenslaufbahn beende. Der alte Fluch hat mich wieder zum Leben erweckt. Doch was ist das Leben ohne Mary wert? Ich muss sie zurückgewinnen. Äh, zurückgewinnen. Ja, nee. Zurück. Zurückgewinnen, glaube ich, steht da. Das junge Mädchen, das ich gefangen habe, wird mit mir dabei helfen, meine Pläne in die Tat umzusetzen. Ich bin in See gestochen, bevor... Bevor sich ihre Mutter... Einmischen konnte. Also. Es scheint als sein... Seit meinen Tod Jahrhunderte vergangen. Seit meinen Tod Jahrhunderte vergangen. Okay. Ähm. Und nun verstehe ich diese neue Welt nicht mehr. Noch... Erkenne ich sie wieder. Nun, das weite Meer, das ich nach mein... Nein, nach China, mein Zuhause... Was? Voran zum... Totenkopf in diesem... Hä? Ich kann das kaum lesen. Es ist so weit weg und so klein. Ich hätte diesen Pakt mit dem Teufel unterzeichnen... Was? Ich hätte den Pakt mit dem Teufel nicht unterzeichnen dürfen. Ich vermisse dich, Mary. Doch bald werden wir zusammen sein. Und eine neue Diplona bekommen hier. So. Eine Frauenbord ist nie etwas Gutes. Bin eine Sie. Kein Er. Und die Frauen haben immer recht. Ja, das... Ja. Ein untoter Babagei. Ich gehe davon aus, dass er seit Jahrhunderten nichts mehr gefressen hat. Ja, hier. Gib mir eine Bombe. Oder eine leere Flasche. Oder Zapfhahn. Oder ein Duplon. Nein. Ich gehe davon aus, wenn du hier bist, dann mein Kapitän lives wieder. I hope Remington told you about the doubloons you need all 12 to open the chest and retrieve its contents I'll be watching you I'll be watching you Alalalalala long, alalalalala long, 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 long Oh yes So Okay, wir brauchen 12 doubloons, um die Uhr zu öffnen, also Eins The people of the Caribbean first heard about Captain Remington and his Black Galleon When he sank two passenger ships near Ile Simona Those who survived were taken aboard and later sold as slaves Tales of Remington's cruel and ruthless manner spread Und das war nur eine Dublone, oder? Okay, jede Dublone erzählt eine Geschichte, wir machen mal die drei Schön 12 Dublonen, ist ja nichts Those first attacks were only a taste of the coming atrocities Soon Captain Remington boarded and sank commercial ships His Black Galleon would appear out of nowhere and strike without warning Those who were shot or stabbed were forced to walk the plank to the pirate's amusement Oh my god Oh my god Oh my god His crew was said to consist of sea monsters, convicts and cannibals His ship was thought to be invincible and capable of casting storms, fog and irica Oh, diese Geschichte, die reißt mich sowas von mit, das ist ja unglaublich Ich bin gewollt von einem Schlüsselreiz zu sprechen Der Knau fehlt Der Knau fehlt Vielleicht kann ich durch einen anderen Gegenstand ersetzen Ja, nimm mal hier den Zapfhahn Die Bombe, nein Die Leberflasche, nein, glaube nicht Okay Mh, 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 müssen wir noch reden Gehen, okay Was? Globus des Ketten Globus des Ketten Ich muss das fehlende Schiff finden, das mit dem Was? Das mit dem ein Hafen auf dem Entdeckungsglobus übereinstimmt Vielleicht hat Remington den Globus verwendet, um seine Angriffe auf Händlerfloppen zu planen Und das Die Handelsrouten im Blick zu behalten Aber, wie genau? Eins der Schiffe fehlt Ja, haben wir noch nicht Müssen wir noch mal wieder kommen Okay Mein Lieblingstier ist der Zapfhahn Ja, es ist, äh So, dann Eure Maus Äh, warte Du hast einen neuen nützlichen Gegnerschaft gefunden Nein, stopfen So, kann ich jetzt hier interagieren Aufnehmen Wir haben einen Eimer Mit dem Eimer Können wir doch wahrscheinlich in die Küche gehen Und den hier wahrscheinlich nutzen, oder? So, wir haben schon mal Wasser Kann ich umrühren? Nein, erst alle Okay, ich muss jetzt alle Äh, äh Was kann ich denn mit dem Stopfen machen? Kann ich dem, den Kapten? Kann ich dem hier, äh Achso, du brauchst ja irgendwas Kleines und rauszuziehen, okay Ähm Da können wir wahrscheinlich auch nichts machen Ich hab da keinen großartigen Gegenstand für Wir haben einen Wir haben einen Stopfen Eine Bombe Und eine leere Flasche Den Stopfen würde ich an eine Schnappelade versuchen Welche Schnappelade? Welche Schnappelade? Oh! Fümmelbild! So, Raupe, Feder, Kerze, Aale, Löffel, Äh, Waage, Holzfuß Hm, Schnalle Da gucken wir noch mal Bei kleinen Sachen bin ich raus Was ist die leere Flasche? Und der Alchemu, was? Ahja, stimmt Hä? Graupel Graupel Kann ich wieder irgendwo interagieren? Hier Aha, Holzfuß Ich hoffe, ob ich irgendwas interagieren kann Nein, okay So, ähm Die Kerze Da ist die Kerze Die ich gerade gesehen habe Gucken wir mal gleich nochmal Ähm Waage Da ist die Waage Da ist der Löffel Korkenzieher Schnalle Da ist der Korkenzieher Die Raupe ist bei den Schubladen Ähm Ach da Ne Da ist keiner auch Doch Okay, falsch geblickt Ähm Ähm Das ziehe mich nebenbei auch um Oh, was hä? So, Zange Hier ist Zange Das PZ oben auf dem Tisch vorn am Rand Ach da Ja Ja So, Schlalle Ähm Federale Vergrößerungsglas Was ist das? Vergrößerungsglas Ja, haben wir Federale und Schlalle brauchen wir noch Was ist mal so viel Laune mit euch? Das ist so geil Alter, zwölf Zuschauer Seid ihr wahnsinnig Vielen lieben Dank Willkommen zur Let's Play Live Show Freitag in Samstag, 20 Uhr Wir haben heute über länger mal wieder Ähm Schnalle Schnalle Alle denke ich sind die Was? Kacken Kragenbeine? Nein 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 Sind sie nicht Feder ganz oben Links Ein wenig Oben links Nein Ach da Ja Was sind Aale? Ähm Das müssten theoretischerweise Aale kenne ich ja nur Aalfilchfischen Oder ansonsten Aale 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 Was ist noch eine Aale? Oder ist Aale nicht ein Werken? In den Werken? So ist es nicht, ne? Wo ist denn die Schnalle? Vor allem auch so ruhig gerade Aale Ja den Fischrei mit Aalen Aalträumt Mit Doppel Aatärs klar Aber eine Aale Aale müsste doch, glaub ich Ist das nicht so ein Werkzeug? Aale Und wo ist die, und wo ist die, äh, Schnalle ist vorne in der Schublade, äh, wo die Schere ist? Ach da, Tatsache. Gar nicht gesehen, ich dachte, wäre irgendwie so ein, so ein Scherending oder so. Alles an Werkzeug, ähnlich wie ein Meisel. Ja, genau, dachte ich mir schon. Irgendwie sowas. Da ist die Ahle gewesen. Haben wir. Hey, wir haben eine Pinnette. Mit der Pinnette können wir zu unserem Holzklotzbein gehen. Und hier das Ding raus, und was auch immer das ist. Der zweite Schlüssel. Yeah! So, jetzt war irgendwas mit, warte mal, mit, äh, Schublade, ne? Schublade, wo war Schublade? Welche, äh, Schublade meint, Darkland und Wund? Da war eine Schublade gewesen. Schublade, Schublade. Gut. Okay. Äh, 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 Kekse, Tasse, Salat. Kekse sind hier. Das sind Kekse. Aha, Cracker. So. Vergiss die Schublade nicht. Hatte ich gerade im Kopf, wie gesagt, muss nur sagen, wo die Schublade war. Äh, 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 machen wir gleich nochmal. So, es steht hier und sind hier. Aha. Ich hab mit Wein. Alles gut aus. Cremefuß, Knochen, Kräuter, Feldflasche, Feldflasche ist hier. Salat ist hier. Die Tasse hier. Um rechts die Fischgräte. Da ist die Fischgräte, jawohl. So, Kräuter, ist das hier, Kräuter? Nein. Halberwechstab. Ja, haben wir hier. Halbierte Kokosnuss. Ich muss die Kokosnuss öffnen, Herr Wormann. Äh, ein Messer. Hier, halbierte Kokosnuss. So. Äh, Knochen links neben dem Buch. Links neben dem Buch. Da. Ja. Sehr schön. Kräuter und Krähenfuß. Kräuter sind das doch bestimmt nicht, oder? Nee. Okay. Krähenfuß. Das ist die Krähenfuß. Das sind die Krähenfüße. Du bist so schnell Kokosnuss hinterher. Entschuldige mich, äh. Ja. So, Kräuter, wo haben wir noch? Kräuter. Das ist nicht die Kräuter. Das hier. Echt Kräuter. Neben der, was neben der Lampe? Neben welcher Lampe? Welche? Hier sind so viele Lampen. Wo ist die Lampe? Ähm. Das war easy. Habe ich schon gerade meines zu Regen nehmen. Erstmal ultimitisch. Wir haben ja, wir haben ja Dings. Wir haben ja die Flaschenorgane. Wir müssen ja die Flaschen füllen für den, ne? Ich muss die Kräuter was dagegen. Was heißt das, dass die Flaschen füllen wird? Ja, aber ich muss hier diese kleine Miniflasche, das muss ich hier von den Tüten kriegen. Hier. Aber dafür, warum müssen wir die Flasche füllen? Die füllen wir denn, kann man hier jetzt, ne, kann man nichts mehr machen, ok. Ich fülle bitte die Flasche, warte mal. Warte mal, der kann auch schon die Kräuter, der kriegt ja auch schon die Kräuter, oder? So, was kriegen wir da jetzt? Wir haben halt die Schlüssel. Alter, Alter. Oh mein Gott. Ich schaue mich, nein, das ist so voll, ey. Wir haben halt drei Schlüssel. Oh mein Gott. Oh, was da, die Manns-Jugend, alter Spinner. Oh mein Gott. Ich bin für den Spielen, bitte. Ich bin für den Playstation. Alter, ist es so geil. Oh mein Gott. Was war denn da? Was ist das? Oh mein Gott. Ach du weihngeschmutzig. Eins erstmal drehen. Eins drücken? Kann ich schon die Kugel darin? Genau. So was? Das war nicht so gut. Die Musikatoren laden vor ich zielen kann. Ganz gut. Aber erstmal drücken hier. So ein Stab und Weg ist hier nicht. Das muss ich jetzt mal finden. Ok. Was haben wir sonst noch hier? Was weiß ich nicht? Die Türen sind so alt und so kippt oder rüber, aber das ist so ein bisschen Schießmüllung. Der Deutsch-Türm ist fast nur auf einer Kommune. In der Haken werde ich keine Augenblick haben. Toll. Ich habe die Bombe am Faktor um euch abgegeben. Ist ja unten auch gar nicht fällig. Hier war ich ja egal. Und was? Bleibt ein Fleisch am Leben, sobald ich den Gefangener habe. Ist ja egal, wir können trotzdem weitergehen. Wir haben ja... Wir haben trotzdem eine Potenziale, wir können hier weiterfangen. Ich muss die Nägel entfernen, um... Was einem besser... ...dick auf das... ...marsch-Auge... ...werf zu können. Wir können hiermit die Hochzeit von... ...Geräus und Memory... ...Banden ist da... ...und... ...Gerand-Abit... ...Henry Remington... ... und jetzt... ...ich habe ich die... ...sie multicifflicken... ...und ich sie nicht dritt... ...und ich Sie in Liebe und beten sind... ...und ich habe... ...und ich steige aus... ...und ich liebe... ...und du es entspricht... ...und ich wirklich Fleck nach... ...und ich in die Welt... ...und... Oh mein Gott. Die Figur der Leiter nach ihr händen. Meine Statue sieht anders aus als die andere. Verschlossen und ich kann dir schnell keine Schlösser sehen, aber ich geh auch in Ordnung fest. Das ist ja einfach, das ist ja... Ich weiß nicht, dass die Gegend gut ist. Komm mal. Da gehen wir direkt machen. Ich brauch was. Ich brauch nur den Haken zu sein. Okay. So, es ist du. The one who made Remington Hightailer to his hideout. Good job. But you won't find him without getting inside the fortress, and it's a pretty solid one. Last time, when the army's fleet attacked us, only the cannonballs were able to crush the walls. The massacre that happened afterward is Remington's fault. If he'd stayed true to the pirate way, we wouldn't have ended up like this. I have to warn you, though. He's still dangerous. Take this knife. It may come in handy. Hey. Was hin... Ich hab einen besserverkommend. Jangan luske mich mit ihm zu reden, mit Edgar Ferber, mit Kras. Wir waren auf und unterradiert, doch wie lang man nur noch bis zu Augenhöhe nützt. Augenhöhe. Oh Gott. Oh, 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 oh. Äh, äh. Du hast dein Lieblingsgekrieg in Wurden, die ich nicht mehr so gut bin. Und die Wurden. Komm. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.